Mein Name ist Tanja Kaufmann. Seit meinem Examen bin ich bei ABB. ABB bietet Absolventen technischer Studienrichtungen die Möglichkeit, gleich nach dem Studium voll durchzustarten. Über einen qualifizierten Direkteinstieg können Young Professionals an einem der rund 40 ABB-Standorte in Deutschland durchstarten und einen Beitrag zur Energiewende leisten. Ganz wichtig, wenn man sich für einen Job bewirbt, ist zu wissen, wo will ich hin. Also es bringt nichts, sich zu überlegen, wer wird gebraucht, sondern es ist viel wichtiger zu schauen, was will ich. Weil das ist die richtige Motivation, mit der man dann starten kann. Man sollte sich einfach schon frühzeitig ein bisschen damit auseinandersetzen, was bieten die Unternehmen und was möchte ich. ABB ist für mich besonders interessant geworden, als ich hier mein erstes Vorstellungsgespräch hatte. Also ich hatte vorher schon gehört, dass das Unternehmensklima gut sein soll. Und im ersten Gespräch hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Bei ABB werden Berufseinsteiger direkt ins Team integriert. Hier kannst du dein Wissen und deine Kompetenzen gleich einsetzen und ausbauen. Ganz speziell in meiner Tätigkeit, in dem es ja um die Anbindung der Offshore-Windparks geht, ist für mich ein wichtiger Punkt, dass es gesellschaftspolitisch eine wichtige Sache ist. Also Energiewende, das große Stichwort, das ist einfach das, wo ich das Gefühl habe, ich arbeite an was Gutem mit. Und das ist mein persönlicher Ansporn. Bei ABB lernst du Verantwortung für Projekte zu übernehmen. Schritt für Schritt wirst du an die Aufgaben herangeführt. Gestalte mit uns die Zukunft. Schritt für Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020